Was hätten Sie dann gemacht, wenn Ihr Sohn so freigedreht hätte, wie Bushido irgendwann im Jugendalter mit Drogen gedealt hätte? Was gemacht hätte? Wenn er mit Drogen gedealt hätte. Ja, dann hätte ich... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wir reden jetzt nicht über meinen Sohn. Nein, natürlich. Es ist nur eine Rolle. Das müssen Sie mal verstehen. Es ist einfach nur eine Rolle. Und diese Mutter in diesem Film hat zu ihm gehalten. Und hat ihm geholfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Kannten Sie vorher die... Eine schöne Geschichte. Kannten Sie vorher die Musik von Bushido? Nicht so richtig. Nein.